Willkommen hier zu den ÖPNV News auf ÖPNV Simulationen. Ich bin's, der Bio. Wieder geht eine Woche zu Ende und bald schon ist Herbstanfang. Es wird also wieder nass und kalt, daher die beste Zeit, um die verstaubten Controller wieder vorzuholen, die seit Sommeranfang in die Ecke geflogen sind. Wir haben neue Infos zum Leitstellensimulator dran. München Update legt nicht den besten Start hin und Susi meldet sich mal wieder zurück. Das alles und mehr hier in den News. Es gibt Neuigkeiten rund um den Leitstellensimulator für OMSI 2. PDP hat ein wenig geplaudert zu den Futures rund um den Leitstellensimulator. Die ersten groben Informationen sind das Leitstellenfahrten von jedem Spieler erstellt werden können. Dabei werden Termin, Dauer und Karte festgelegt. Zudem kann der Veranstalter einen Fuhrpark für die Leitstellenfahrt vorbereiten. Andere Spieler können sich für die Leitstellenfahrten anmelden und daran teilnehmen. Alle Leitstellenfahrten finden mit echten Spielern statt, in Klammern Multiplayer. Es wird keine virtuellen Fahrer geben. Während einer Leitstellenfahrt sind die Leitstellenleiter dafür verantwortlich, den Teilnehmern auf Anfragen Touren zuzuweisen. Sie können an alle Spieler auf eine Übersichtskarte live verfolgen und haben dort auch noch viele weitere Möglichkeiten, die allerdings erst später erläutert werden. Nächste Woche gibt es wieder Neues zu berichten laut Aussage von PDP Software. Wir halten euch selbstverständlich auf dem Laufenden über dieses großartige Projekt. Damit meldet sich auch Zuzi 3 mal zurück. Lange war es ruhig um die Spitzensimulationen mit dem neuen Update-Paket 101. Es gibt neue Fahrzeuge, Objekte und einen neuen Fahrplan. Neuzugang in Zuzi 3 ist die VT 612 ET 474 als Dekofahrzeug und die Donnerbüchse. Einen neuen HD-Führerstand für die Baureihe 216 sowie das neue Strecke-Modul Paderborn Version 2003. Viele neue Objekte, unter anderem Stromschiene, der S-Bahn Berlin und Hamburg, Lampenaufsatz für Flachmasten und vieles mehr. Die Führerstände 111, 216, 246, 612, 642, Flirt 1 und der IC-Steuerwagen verwenden nun die integrierten Displays. Alles das und mehr findet ihr im Zuzi 3 Forum oder auf Facebook im Link in der Videobeschreibung. Der Fernmussimulator hat ein neues Update erhalten. Update 22 wurde am 19. September für alle freigeschaltet. Die neuen Futures von diesem Update ist die neue Stadt Steinhudel. Auch gab es eine Überarbeitung vom Brems- und Beleuchtungssystem. Dieses Update ist offiziell. Ihr müsst daher nicht über Steam die Beta-Version aktivieren. Tram München hat sein Update 1.1 bekommen mit der neuen Linie 27 und Mention. Davon hatten wir in den letzten News bereits berichtet. Allerdings gab es zu Problemen mit dem Multiplayer-Online-Modus. Dieser wurde nämlich zum einjährigen Jubiläum von Lotus deaktiviert. ViewApp musste in den letzten Minuten noch an Updates arbeiten. Dadurch kam es zu Komplikationen. Erst am 18.9. war es dann möglich gewesen, Tram München im Multiplayer zu testen und zu spielen. Damit gibt es jetzt die erste reale Strecke für den Lotus-Simulator, die man jetzt mit Freunden zusammen spielen kann. Regensburg-Nürnberg. Der Trend-Simulator 2020 ist seit dem 19.9. erhältlich und bietet die neue Strecke. Dieses Addon bekommt ihr für 29,99 Euro auf Steam. Wir haben die Strecke getestet und können sagen, dass sich alles sehr rund anfühlt. Neben der Strecke gibt es noch die Baureihe 440, der Talent 2 und die BR 185.1. Wenn ihr euch davon ein Bild machen wollt, schaut doch einfach bei uns vorbei. Ihr bezahlt allerdings nicht nur die 29,99 Euro für diese eine Strecke, sondern ihr bekommt die anderen beiden Strecken Norfolk Southern Endline und South Wrestling Mainline mit dazu. Somit bezahlt ihr nur 10 Euro pro Strecke. Für diesen Preis kann man also getrost zuschlagen, wenn man bedenkt, dass jede einzelne Strecke 29,99 Euro kostet und somit für drei Strecken 89,97 Euro fällig werden. Und da haben wir noch was Schickes. Die Gewinner stehen fest. Alle konnten teilnehmen und nur drei haben gewonnen. Es geht um das Sommerabend-Gewinnspiel auf Lotus. Hier musstet ihr ein Bild einschicken, welches einen Sonnenuntergang zeigte. Ob Strecke oder Tram, es lag an euch. Ein Sonderschluss war letzte Woche und die glücklichen Gewinner stehen fest. Platz 3 geht an Wotan, Platz 2 bekommt der Fabian Dreizen und der Gewinner dieses Gewinnspiels ist der Pandemist. Somit möchten wir unsere Glückwünsche hier aussprechen. Und damit sind wir auch ans Ende der News gekommen. Was haltet ihr vom neuen Tram München Update? Spielt ihr noch zu sie drei? Und wie findet ihr die neue Strecke vom Trends im Monat 2020 Regensburg-Nürnberg? Schreibt es in die Kommentare. Ich verabschiede mich und wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Tschüss und frohes Weiterfahren. Angelen die